Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Erstmal wie immer vielen Dank fürs Einschalten und wie ihr mitbekommen habt, der extreme Abverkauf im Krypto-Bereich hat gestern begonnen. Darüber sprechen wir in diesem Video. Ich möchte kurz über Bitcoin, Cardano und Solana sprechen. Denn gestern am 21. Januar, das war ein Freitag, ging es im Bitcoin-Preis sehr massiv um über 13% erst mal Richtung Süden. Und wir sind aus dieser Seitwärts-Range, die ich schon im letzten Video erwähnt hatte, seit dem 7.1. hier nach unten ausgebrochen. Die Seitwärts-Range hat eben das ganze korrektive Gesamtbild in diesem Chart nicht verbessert. Im Gegenteil, ich habe auch noch erwähnt, dass ich davon ausgehe, für mich persönlich, dass wir eben die 41.000 nach unten verlassen. Und jetzt haben wir an der Spitze mit heute am Samstag um ca. 13.50 Uhr zur Aufnahme dieses Videos bereits schon die Preismarke von 34.000 getestet. Sind aber seitdem wieder etwas zurückgekommen auf 36.700 US-Dollar. Und jetzt ist eben die Frage, was machen die Krypto-Anleger? Und eins noch zum Thema, warum ist der Kryptomarkt jetzt gestern gecrasht? In meinen Augen ist es so, da es ja leider möglich ist, auch im Krypto-Bereich gehebelt zu handeln, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich in dieser Seitwärts-Range sehr viele unerfahrene Anleger gedacht hatten, ja, die Bodenbildung hier ist jetzt vollzogen. Und da wir ja damals schon öfter hier bei 41.000 sehr steil nach oben gedreht sind, geht es jetzt nur noch Richtung Norden. Und dann hauen sie sich einen 20er oder einen 30er Hebel rein. Dann läuft natürlich jetzt durch den Ausbruch nach unten der Preis gegenläufig. Und dann müssen sie halt ihre Positionen im Totalverlust in meinen Augen schließen. Und wenn das mehrere tausend, zehntausend, hunderttausend Menschen auf diesem Globus gehebelt machen, ist eben hier diese Kettenreaktion eindeutig zu erkennen. Und dann rutscht halt der ganze Kryptomarkt hier erstmal in den Keller. Naja, hier haben sich auf jeden Fall, wie man sehen kann, bei 35.000, 36.000 haben sich schon einige Käufe wieder positioniert. Die Kerze ist hier wieder sehr kurz geworden. Und zu meiner eigenen Prognose, dazu müssen wir eben auf die Woche hochgehen, ist es so, wie auch schon im letzten Video erwähnt, Und die 29.000 sehe ich für sehr realistisch, dass wir diese beim nächsten Crash, also eben jetzt, bestimmt anlaufen werden. Denn die haben wir damals seit dem Jahr Anfang 2021 hier schon mehrfach getestet. Ab da ging es zwar immer wieder steil nach oben, aber in diesem Fall wäre für mich das korrektive Bild erst zu Ende, wenn wir tatsächlich zumindest diese gelbe 200er EMA mal testen. Und diese befindet sich Stand heute bei knapp 25.000 US-Dollar. Ich kann auch für mich persönlich davon ausgehen, dass wir sicherlich noch zum damaligen Zeitraum das All-Time-High bei 20.000 US-Dollar von 2017, Das würde ich als eher extremen Abverkauf werten, falls wir hier dieses Niveau anlaufen würden. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es nochmal Richtung 16.000 bis 18.000 geht, aber ich möchte jetzt mal eher ein bisschen optimistischer bleiben. 21.000 US-Dollar bzw. 25.000 US-Dollar. So in dieser Range, in dieser Preisspanne wird sich der Bitcoin in meinen Augen die nächste Zeit erstmal halten. Wir können natürlich auch hier eine Gegenbewegung bekommen. Das würde eben bedeuten, dass wir auf diesem Niveaustand jetzt nochmal zurück auf die 41.000 laufen, diese testen. Falls wir hier einen Doppeltop bekommen, dort abprallen, wäre es eben eine Bestätigung, dass wir hier einen Widerstand haben. Dann geht es eben aus meiner Sicht, weise ich hier als nächstes auf die 29.000. Denn im RSI, im Relative Stärkeindex, sind wir noch mehr oder weniger weit über der Begrenzung zum überkauften Bereich. Und wenn wir eben den überkauften Bereich, wie damals schon zweimal zu sehen, anlaufen, stehen wir hier sicherlich im Chart eben Richtung oder kurz überhalb der 29.000 US-Dollar. Der MACD hier unten deutet auch alles andere an, außer positive Vorzeichen. Wir kriegen hier einen Trend nach unten extrem signalisiert und beide Faktoren hier zugrunde gelegt. Sieht das Bild für mich weiterhin so aus, dass wir vielleicht einen kurzen Pullweg nach oben bekommen, aber im Gesamtbild natürlich hier nochmal eine Etage tiefer rutschen. Dann gehen wir kurz auf Cardano rüber. Im Cardano-Preis ist es eben ähnlich, in meinen Augen sogar noch etwas schlimmer. Dieser Anstieg hier seit dem 14. Januar haben wir wahrscheinlich diesem Projekt Sunday Swap zu verdanken. Du konntest ja, wenn du Cardano eben stakst, hier passiv da so Sunday Swap Token hier bekommen. Und dann gehen natürlich sehr viele in Cardano rein. Und je mehr eben reingehen, desto mehr wird auch der Preis hier nach oben gepusht. Und im Endeffekt, Summa Somaro, die wo schon lange in Cardano investiert sind, die freuen sich natürlich auch, wenn sie mal wieder einen Preis für 1,50 Dollar hier Cardano verkaufen können. Und mehr oder weniger ging es auch auf diesem Preisniveau ab da steil bergab. Jeden Tag immer mal so 5, 6, 7 Prozent. Und jetzt, wie auch in meinem letzten Video erwähnt, haben wir schon die 1 Dollar unterschritten. Am heutigen Handelstag, um genau zu sein, kam Cardano runter bis auf 91 Dollar Cent. Und das Bild an sich sieht immer noch in meinen Augen sehr korrektiv aus. Diese gedachte Bodenbildung wurde eben unterschritten. Und mit diesem Spike haben wir eben hier jetzt unterhalb der 1 Dollar Marke ein Ei hingelegt. Und dazu gehen wir noch auf die Woche, um das ganze Bild hier mal übersichtlicher zu haben. Da haben wir eben unsere exponentielle gleitenden Durchschnitte. Der 100er EMA ist bereits unterschritten worden. Und der Preis steht aktuell exakt darauf, bei knapp 1,10 Dollar. Ich persönlich gehe aber davon aus, falls diese 1 US-Dollar eben noch mal angelaufen werden, wovon ich auch ausgehe, denn wir, wie wir eben vorher besprochen haben, ist der Bitcoin-Preis immer noch sehr korrektiv. Und falls Bitcoin die 29.000 hier noch mal anläuft, wird sich Cardano möglicherweise auch mit anschließen. Und somit auch die 200er EMA testen in naher Zukunft. Und diese liegt bei 70 Cent. Denn auch der schöne, gute alte RSI steht noch mehr oder weniger weiter weg von der überverkauften Zone, von dieser Begrenzungslinie. Und wenn die eben mal runtergelaufen wird, was ich mir auch gut vorstellen kann, wo sich auch wieder viele Käufer finden werden, würden wir eben am Chart natürlich hier schon unterhalb der 1 Dollar stehen. Und dann müssen wir das Ganze eben noch mal näher beleuchten. Und Solana, über die möchte ich auch mal kurz sprechen. Und zwar, ich habe mir auch schon öfter gedacht, ob es nicht möglich ist, Solana zu einem Preis zwischen 80 und 70 Dollar nochmals zu erwerben. Ich wurde an sich eher so im privaten Umfeld als verrückt erklärt. Und mittlerweile sieht das Bild aber auch so aus, dass wir uns tatsächlich den 80, 86 Dollar hier nochmals nähern. Diese wurden ja heute schon angelaufen. Das ist der Wochenchart. Denn im RSI stehen wir hier genau am letzten Tief. Dort habe ich mal eine Unterstützungslinie in Rot hinterlegt. Und falls wir diese unterschreiten, kann es in meinen Augen im gesamten Kryptomarkt, wie vorher erwähnt, auch Solana so weit treffen, dass wir im überverkauften Bereich hier mal runterlaufen. Da ist die rote Linie. Und diese Range nach unten würde uns zumindest mal auf die 200 EMA zurückwerfen. Und die befindet sich bei 70 US-Dollar. Und da ich von Solana im Endeffekt sehr viel halte, habe ich heute schon eine Tranche gesetzt. Und die zweite und dritte Tranche, auf die kann ich geduldig warten, wenn wir hier tatsächlich nochmal die 70 Dollar sehen. Denn der MACD zeigt immer noch einen Trend nach unten an. Eine Trendumkehr deutet sich hier in keinster Weise an. Und dementsprechend alle beide Faktoren zusammen lassen mich daraus schließen, dass wir eben hier noch weiter korrektiv nach unten laufen. Sicherlich kann Solana hier nochmal nach oben drehen. Vielleicht die 112 bis 125er Mark getestet, denn da waren auch einige angelaufene Tiefs. Und dann geht es eben vielleicht nochmal runter auf die 200er. Ja, dann würde mich mal interessieren, was denkt ihr darüber? Hat der Kryptomarkt hier seinen Boden gefunden? Ist das Crash-Szenario verdaut oder nicht? Oder geht es doch nochmal eine Etage tiefer? Lasst es mich gern wissen. Und vor allen Dingen verkauft nicht jetzt aus Angst eure gehalteten Tokens oder Coins oder Bitcoins. Denn wir müssen oder ich persönlich denke auch immer, langfristig Korrekturen gibt es immer, aber aus jeder Korrektur ist immer wieder ein neues oder ein nächstes All-Time-High generiert worden. Und wenn wir eben hier auch langfristig denken, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in zwei, drei Jahren über Preise, wie jetzt hier auch bei Solana, von 100 Euro uns wünschen würden, diese nochmal zu bekommen. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute, ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Und es würde mich wie immer freuen, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Michi. Ciao.